Das ist der Murat. Murat ist Türke. Hi, Anna Sinisati. Klingt zwar komisch, ist aber so. Bist du Türke? Ich bin Türke. Und deshalb hat der Murat jetzt einen Film gemacht. Ich möchte ein großer und bekannter Schauspieler werden. Um mit all den Vorurteilen aufzuräumen. Nicht alle Türken sind Lügner, Betrüger oder wollen eine Frau abschleppen. Einige sind dazu noch Frauenschläger und Islamisten. Sein Vater aber hat andere Pläne. Du fängst Ausbildung bei Allianz-Armet an. Wenn du also nicht willst, dass der Murat seinen Traum von Hollywood aufgeben muss, dann geh in seinen Filmen. Da kommt ein Mann mit einer Motorsäge auf uns. Wir sind hier in Kreuzberg, gib Gas. Laura, gib Gas. Hollywood Türke. Jetzt nur im Kino. Und dann wird das. Untertitelung. Untertitelung des ZDF, 2020